Katja schwitzt immer richtig. Wir können da alle nicht mithalten, ey. Ich schwitze gar nicht. Ey, Leute, Mann, was übertreibt ihr denn so eure Lage hier? Oha! Katja! Yo, Katja, was geht? Das ist einfach so krass. Hey, Leute. Was geht? Herzlich willkommen bei Spiel mit mir, Apps und Games. Wir spielen wieder Gartik-Phone und diesmal sind wir zu fünft. Und ihr seht, Eva ist schon neben mir. Hi! Aber Eva ist gerade, warte mal ganz kurz, Eva ist gerade rausgegangen. Oder habe ich das Gefühl? Eva, du bist rausgegangen. Eva? Wieso bin ich rausgegangen? Ich wollte nicht rausgehen. Please stay. Eva, no! Komm bitte zurück. Okay, in der Zeit, wer ist denn sonst noch alles da gerade am Telefon? Am Telefon ist, äh, am Telefon ist... Am Gartik-Phone? Ja, die Neusi Katja ist da am Telefon. Wer ist noch am Telefon? Die Dia ist hier, hallo. Hallo, Dia und it's me. Und Elli ist da. Wir spielen heute Gartik-Phone. Wir werden vier Aufnahmen haben von mir, Katja, Dia und Elli. Und Eva spielt es am Handy. Sie hat es schon in der Hand. Und sie ist bei mir auf der Facecam-Aufnahme dabei. Eva kann leider die andere nicht hören, aber ich werde alles... Sie wird alles sehen, was passiert. Aber wir hören die. Du wirst übersetzen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Ihr stellt sich gleich in die Ecke. Und weiter, damit die das alles nicht sieht. Und kommt dann zur Auflösung wieder zurück. Gut, dann geht's jetzt los. Sounds great. Oh mein Gott, I'm scared. Hilfe. Warte, wer fängt jetzt an? Wir müssen alle irgendwelche Sachen schreiben. Alle? Ach so, oh mein Gott. Elli, du hast ja schon mal gespielt, oder? Oh, die Zeit läuft ja auch noch ab. Ja, aber nur einmal. Oh mein Gott. Deswegen, wir spielen das jetzt sofort. So, ich hab abgeschickt. Ja, okay. Bei mir hat das nicht perfekt reingepackt. Deswegen reingepasst. Deswegen ist es egal. Ich nicht euch auch von das geschickt. Oh mein Gott. Ich hab's auch reingeschickt. Ja, Leute. Eine Person. Eine Person. Wer hat nicht reingeschrieben? Ne, zwei. Hä? Leute, reinschreiben. Reinschreiben. Ich hab geschrieben. Okay. Okay. Was ein Stress. Was? Okay. Oh mein Gott. Wer schreibt solche komplizierten Sätze? Wie soll man das denn zeichnen? Hilfe. Das ist tatsächlich eine Challenge. Ach, die Zeit läuft ja auch noch. Oh mein Gott. Ja. Ja, du hast hier nicht unendlich Zeit. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das auch nicht. Ich weiß doch nicht, wie das... Also, ich weiß doch nicht. Man darf nicht schreiben, gell? Nein. Nee, am besten nicht. Tut mir leid an die Leute hier. Also, ja, wirklich. Ich entschuldige mich auch jetzt schon mal. Und dann wart ab, Elli, wenn du dann Katjas Zeichnung siehst. Wart ab. Ja, ich weiß. Katja schwitzt immer richtig. Wir können da alle nicht mithalten, ey. Ich schwitze gar nicht. Doch. Ich bin super langsam. Boah, wie ist das denn? Ich muss mir was abgucken. Ich weiß nicht, wie sieht das aus. Hallo. Ich muss mir was abgucken. Hallo. Wie bitte? Ich weiß, dass das irgendwie so... Mein Gott, Leute, bitte lacht mich nicht aus. Ich hab wirklich keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es irgendwie diese Farben hat. Keine Ahnung. Kann man hier wieder was zurücklassen und löschen? Ja. Das sind so Pfeile. Oh mein Gott, Leute, ich muss googeln. Ich muss ganz schnell googeln. Oh, ich hab jetzt einfach ein Radiergummi genommen. Oh nein. Oh Mann. Ich hab so schnell gegoogelt gerade. Oh mein Gott, okay. Ich komm noch weiter. Oh nein, wir haben keine Zeit. Oh, das ist so schrecklich. Okay, warte, ich muss jetzt... Oh mein Gott, das sieht halt anders aus, aber egal. Oh nein. Ich muss jetzt am besten noch hier. Wie mach ich das denn jetzt noch hier? So? Oh Gott, das ist so schrecklich. Was? Nein, noch nicht. Das sieht wirklich anders aus, als ich das haben wollte. Wie stelle ich das denn jetzt noch da? Okay, äh. Das ist so schrecklich. Was ist das denn? Okay, äh, das war jetzt... Ich hab viele Fragen gerade. Ich kann das gerade noch sagen. Naja, das wird schon passen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was passt. Ich weiß nicht, was ich passt. Ey, das ist... Ich bin einfach fertig. Das ging gar nicht. Oh mein Gott, Leute. Okay, was passiert hier? Was passiert hier? Das ist eine gute Frage. Also jetzt müssen wir einen Satz schreiben, ne? Hä? Wer ist das? Okay. Hä? Das bin doch da ich. Das bin doch da ich? Ich weiß nicht, was für ein Lache. Ja, was... Oder ist das dir? Keine Ahnung. Ja, mal gucken, ob das stimmt. Ich glaube, das stimmt so. Ich glaube, das stimmt so. Oh, Telefon klingelt. Was? Ich weiß nicht, ich hab keine Zeit. Ring, ring, ring. Ich keine Ahnung. Ready! Ich hab's fast klar vorgelegt. Oh, wer hat das geschrieben? Ey, Leute, Mann. Was übertreibt ihr denn so eure Lage hier? Wir übertreiben unsere Lage. Dürfen wir über diese Sätze sprechen eigentlich? Ja, was für Sätze, ey? Nee, eben nett. Warum muss ich... Also irgendjemand, das ist gemein. Ja, gell? Sehe ich auch so. Weil da steht etwas, was ich ja nicht tun würde. Hä? Man darf mit Zahlen gar nicht arbeiten. Also man darf mit nichts so hinschreiben. Leute, das ist einfach wirklich. Das ist echt peinlich. Nee, das ist echt peinlich. Also so, wie ich zeichne, das ist... Same. Ich fühle mich, als wäre ich im Kindergarten. Ja, ich mich halt auch. Aber das ist totally fine. Okay. Hä, wie siehst du? Okay. Okay. We got it. Das sieht nicht richtig aus. Oh, die Zeit. Ja, man sollte auf die Zeit achten, ey. Oh, upsie. Okay, nein. Warte, das muss ich rückgängig machen. So. Ach so. Hä? Oh Gott, ich habe mich einfach verlesen. Ich habe einfach... Hä? Was hast du getan? Ich habe einfach... Oh nein. Ey, nee. Ich erkläre es euch nachher. Oh, was für... Oh mein Gott. Ach, die Zeit. Ey, wie kann man... Das ist so ein Fail. Das ist gerade richtig hart. Oh, die Zeit ist ja gleich um. Nö. Ach, nö. Ach Gott, nee. Das ist so schlecht. Ich will es nicht abschicken. Okay, da kann ich gegenseitig machen jetzt. Okay, doch. Let's go. Oh, Leute, das erkennt keiner. Das... Okay. Was? Was ist denn das? Okay, Dia, ich glaube, das hast du gezeichnet. Ja. Das ist ja auch süß hier. Wenn man es nicht erkennt, dann war ich das. Ähm. Äh. Was? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie es zu diesem Bild gekommen ist und ob ich das richtig interpretiere. Ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Das schreibt man nicht mal so. Oh Mann. Nein. Ist es schon nicht vorbei? Hallo? Hallo? Oh, ich habe mich verschrieben. Nein. Nein. Oh, es geht los. Wir sind da. Oh, mein Gott. Okay. Let's go. Seid ihr bereit? Was ein Stress. Start. Geburtstagspartner mit Alpakas. Danke für nichts. Oh. Ne, das war's. Aus den Katzen. Die Crew findet Alpakas. Und alle sind ja die. Oh Gott, wie süß. Ey. Ey. Und Elli ist auch dabei. Die Crew sitzt auf Alpakas. Hä? Ihr habt ja alle Alpakas erkannt. Krass. Ja. Vor allem Seid. Hä? Das spielt richtig gut. Seid. 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 Richtig gut. Aber richtig gut finde ich auch. Okay, Katja. Felix und Eva spielen Pokémon Go in Japan. Wie Japan? Ich verstehe nicht. Wie in Japan? Ich weiß nicht, warum. Ich wollte mit Japan. Ich wollte das auch schwieriger machen. Mit Japan konnte ich nicht. Felix und Eva spielen Pokémon und fangen Pikachu. Ja. Oh, das hat geklappt. Oh. Was für eine coole, gute Zahl. Krass. Oh, krass. Mit Felix Lieblings-Pokémon. Pikachu ist nicht mein Lieblings-Pokémon. Hauptsache, das mit Japan ist untergegangen. Ja, das ist ja. Ich hatte. Ich hatte, dass es mit Japan untergegangen ist. Japan ist weg. Felix und Eva füttern Enden am See. Ach, das war Felix. Ich dachte, ich bin das. Ah. Ja. Ich dachte, das ist, will ich. Eva und Elli stehen am See. Ich war zu spät. Es war zu spät. Ja, es wird jetzt. Oha. Katja. Die Persönlichkeit ändert sich nochmal. Elli und Dia sind unbealterung von Teich. Geil. Ach so, deswegen und, weil es einfach zu Ende ging. Ja, es war einfach nur und. Deswegen und. Äh, toll. Geil. Und. Ja, und. Und jetzt. Krass. Witzig. Okay, Elli, was schreibst du? Der Osterhase hat einen Hustanfall und trägt einen Hust. Oh mein Gott, nein, ich hab so was schon falsch. Was ist das für ein Satz? Oh mein Gott, du hast den falschen gepackt. Herr Felix, voll gut. Oh nein. Aber man erkennt doch nicht, spuckt, kippt. Ja, Achtung, und Achtung. Ich hab einfach Osterei gelesen. Das Osterhase. Speichern, speichern, speichern. Der Osterhase. Eber, was? Mit einem Osterei. Geil. Oh mein Gott. Sorry. Sorry. Das sah aus wie eine Krone. Und ich hab mich an diese pinke Krone erinnert, die halt Eva noch bei ihrem Bundestag anhatte. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es Eva. Sehr herrlich. Sorry für diese Zeißelung. Das ist wirklich Katastrophe. Das ist absolut in Ordnung. Sehr witzig. Aber okay, Osterei haben wir immer noch hier gefunden. Also, sei es. Oh Mann, ey. Felix und Dia sind auf dem 3-Meter-Tome. Ach, Dia ist das und nicht ich. Ja, guck mal. Oh mein Gott. Ja. Oh, Katja. Junge, Katja. Junge, ey. Ich übertreib. Ich dachte halt, der ist blond. Du? Naja. No. Ich sage noch no. No. Eva, Claudia oder Ellie sehen. Sehen? Ja, ich mein, das war noch nicht zu Ende. Ich dachte, das ist mit Kuh, die irgendwie blaue im Schwimmbad. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob das mit Kuh ist oder ein Schwimmbad oder. Ah, herrlich. Ach Leute, komm. Ja, war ich nicht sicher, ob das mit Kuh ist oder mit Kuh. Ja, next. Ich brauche nicht. Oder mit Kuh vielleicht, hat sie gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Versuchen wir es nochmal. Oh, ich habe gar nicht. Dann starten wir jetzt mal mit der zweiten Runde. Wollen wir einfach nochmal sowas Normales machen oder irgendwas von den ganzen anderen? Normales, normales, normales. Okay, ganz normal. Weiter geht's. Oh Gott. Und Start. Es gibt was nicht Normales. Hä? Ja. Es gibt noch irgendwelche anderen Spielmodi, aber die kenne ich auch nicht. Oh Mann, dieser Druck mit der Zeit, ne? Ach Mann, ich will noch mehr schreiben, aber geht nicht. Das macht auf dem Witz immer so lange Sätze. Ich finde, lange Sätze sind halt interessant, weil dann bist du immer richtig verwirrt und dann weißt du nicht, was du zeichnen sollst. Ja, stimmt. Ja, doch, kann man denn das. Ich freue mich. Deswegen immer mit... Viel Spaß beim Zeichnen. Viel Spaß. Ja, denke ich mir auch. Ja. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Dieser Moment, wenn man sich einfach so selbst zeichnen muss, finde ich auch irgendwie. Ja, habe ich auch gerade. Wieso habe ich? Egal, das bin einfach ich. Was? Was? Oh Gott. Ich frage mich wirklich, wie Katja in so kurzer Zeit diese Zeichnung so hinkriegt, ne? Warum habe ich das gerade? Ich weiß auch nicht. Das ist mir wirklich ein sehr großes Rätsel. Ja. Voll die Stille. Wie jeder so konzentriert ist, gell? Ja, konzentriert. Wir sind extrem konzentriert gerade. Muss. Wer hat gerade schon abgegeben? Wer ist nicht so konzentriert? Okay, jetzt doch nicht mehr. Und zurück abgegeben. Ich bin so konzentriert, ich habe sogar meinen Mund offen, merke ich gerade. Ja, ich auch. Ich auch. Geil. Oh mein Gott. Nein, das ist verkehrt rum. Oh nein, das ist das. Nein. Oh, dieser Druck. Soll denn das? Nein. Okay, ich bin fertig. Also ich finde das super. Nein. Oh Gott. Wer auch immer das geschrieben hat, ich bin sehr gespannt. Ja, okay. Mal sehen, ob das passiert. Naja, ich habe es versucht, Leute. Ich habe es versucht. At least you tried. Ja. Oh, alter Katja, gell? Also deine Zeichnung, man erkennt direkt. Wer ist das? Das kann nur von Katja sein. Das ist so krass. Es ist so krass. Ich könnte die Bilder auslösen und an die Wand hängen. Wirklich genau dieses Bild, was ich gerade gemalt habe. Ja, okay. Das vielleicht jetzt nicht. Aber es ist so gut gezeichnet. Ich komme nicht klar. Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, gut, sagt der Felix da nur. Ja, gut. Das wohl so richtig ist. Ja, gut. Ja, gut. Weiß auch nicht. Hä? Oh. Hä? Oh mein Gott. Warum wirklich? Es ist so eine Schubwolle. Leute, warum macht ihr es so kompliziert? Damit es lustig ist, Claudia. Lustig? Okay. Entschuldigung. Lustig? Lustig? Lustig, lustig. Ich kriege Aggressionen. Boah, das ist so krass. Was ist das denn? Oh mein Gott. Das ist also... Alter, ist das echt... Das kann ich niemandem zeigen. Du zeigst es gleich ganz viel. Ja, ich weiß. Das ist echt schlimm. Äh. Boah, keine Ahnung. Was ist das denn hier? Oh, ja. Das locht hier da. Gott. Elli, wir müssen uns noch Haarfarben zulegen, damit man unterscheiden kann, wer du und Wer, 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 wer weiß es. Ja. Ja, bei Felix kann man so gut halt mit blauen Haaren oder bei Eva mit pinken Haaren, bei Katja mit vieler Haaren. Ich mach echt noch die blonde, Felix. Das passt schon. Blond? Ja. Passt schon. Okay. Warum? Oh, okay. Oh, geil. So, okay. Das ist eigentlich relativ einfach zu zeichnen jetzt. Einfach. Einfach. Kein Kommentar. So zwei hat es schon abgegeben. Drei. Eva, hast du abgegeben schon? Ja. Eva hat auch schon abgegeben. Ich muss noch ein bisschen, aber... Ach, ich finde mein Bild ist zwar gar nicht so schlecht. Richtig, aber ist okay. Das sieht wirklich komisch. Also für meine Verhältnisse finde ich mein Bild echt gelohnt. Wow. Ich bin echt gespannt, was die ursprünglichen Sätze waren und was aus meinem Satz geworden ist. Oh mein Gott. Ich habe einfach schon wieder Katjas Bild bekommen. Okay, jemand hat so gut zu schreiben und hat es wieder durchgestrichen. Oh mein Gott, die Hälfte der Zeit ist rum. Ich check jetzt erst, dass es schon weitergeht. Was ist das denn? Wer sind das? Wer sind das? Wer sind das? Wer sind das? Wer hat das gemeint? Warum ist das überhaupt so? Warum sieht das so aus? Was ist das? Okay, ist ja gut, Telefon. Ich bin ja schon fertig. Ja, komm. Tada, Leute. Let's go. Okay. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin schon wieder vorbei. Eva ist da. Ich bin wieder da. Und ich habe gerade gemerkt, das letzte, was ich beschrieben habe, ist komplett daneben, als das, was es ist. Aha. Es ist mir erst im letzten Moment gerade aufgefallen, dass es was komplett anderes war, als ich dachte, was es ist. Elli sagt Eva. Oh Eva. Okay, starten wir einfach mal. Ja. Ich bin so gespannt. Was kam von Felix? Ja. Ach, Leute. Dringend auf Toilette. Oha. Perfekt. Krass, oder? Tschüss. Tschüss. Das traue ich mich ja gar nicht. Irgendwas traue ich mich ja gar nicht, meins dazu zeigen. Help. Pipi. Sia und dein Tier reden. Sie hilft dem Tier. Was? Eva. Ich dachte, das ist ein Tier. Eva. Okay, cool. Leute, man hat einfach zwei komplett verschiedene Vibes. Ja. Wow. Eva. Katja's Bilder sind einfach ... Help. Pipi. Pipi. Leute, das Tier Pipi. Okay. Oh, herrlich. Babydeer klaut Pets aus Adopt Me in real life. Ach, Babydeer. Hashtag. Hashtag Adopt Me. Ah, ich hab mich als Baby gemalt. Die Adoptiere in Adopt Me. Oh, voll gut. Aus Klauen mit Adoptieren? Ja. Süß. Süß. Aber es ist rübergekommen. Der hat einen Hund in Adopt Me und liebt ihn. Oh. Das ist doch eindeutig ein Einhorn. Oha. Das wollte ich gerade auch sagen. Wir haben nur einen Hund und eine Katze. Soweit sind wir noch nicht. Ja, genau. Wir haben das einmal gespielt. Wir haben noch keinen Einhorn. Krass. Felix und ich haben bislang ein Hund. Das ist ein Tier, das ich kenn. Es gibt ... und Pipi. Pipi. Das gibt Pipi. Eli und Katja essen zu viel Eis. Ach, das kam von dir. Upsi. Jetzt werden sich wieder die Persönlichkeiten komplett ändern. Eli und Katja? Das bin ich? Oder ist es Eli und Katja, wel? Wer? Also ... Lol. Haben Eis und Leon. Ja. Eva und Felix essen Eis und Furt sind glücklich vor allem. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Auch Felix kann auch richtig gut. Ja. Felix kann auch so krass zeichnen, finde ich. Also ... Was? Man erkennt es auch immer. Das ist echt gut, Felix. Also man erkennt es immer voll gut. Nochmal. Dein Eis hier ist echt gelungen. Die hat gesagt, dass ich krass zeichnen kann, aber ... Also ich finde Katja ... Okay, keiner kann mit Katja mitteilen. Nee. Ganz ehrlich. Dann ... Don't mess with Katja. Don't mess with Katja. Und dann kommt Felix und dann kommt der Rest. Ja. Ja, danke. So machen wir mal weiter. Okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was er gemacht hat. Katja ist mal grummelt, während sie auf einer End reitet. Oh mein Gott, Ellie. Oh mein Gott, Ellie. Okay, das ... Lol. Eva. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Eva. Und labert. Oho. Geil. Ja. Richtig krass. Krass. Katja fliegt auf einen Vogel und singt dabei. Bla bla. Was? Singen? Bla 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 bla. Weißt du, singen? Wer singt so? Keine Ahnung. Du. Dir anscheinend. Alles klar. Eva ist ja schon irgendwie rausgegangen, oder? Ich verstehe nicht. Eva, genau. Eva, die App hat sich außerdem geschlossen, aber das wird trotzdem noch angezeigt gleich, oder? Ja, ich hoffe schon. Ja. Aber Eva ist auf jeden Fall noch hier. Ja. Ich frage mich nur gerade, warum sieht das bei Katja immer so aus, als ob sie mit ganz anderen Werkzeugen die Sachen malt. Aber wirkt ja nicht. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Dass sie das nicht mit Wasser farben. Katja, ich mache die Einstellung besser als wir. Ich mache die Pastellfarben an und dann ... Nee, ich mache ... Ich stelle die Stift dicke auf dünn und dann läuft das. Ja, genau. Ja, genau. Der Stift ist auf dünn und dann mache ich halt die ... Ach so. Elli und Felix sitzen auf einer einsamen Insel und lesen. Ach, wir lesen. Ja, das war nicht so einfach darzustellen. Nee. Aber die Insel sieht man. Jetzt schaut mal, wie schön. Oh, es hat geklappt. Oh, sorry. Oh. Auf einer einsamen Insel. Und ich war so zufrieden mit meinem Bild. Ach, ja, gut. Aber Felix jetzt, wie machst du das denn? Wie macht ihr das denn, dass das so gerade ist mit dem Wasser und so? Ich kapiere das nicht. Oder auch ... Hä? Mal. Ja, guck mal bei Felix Bild jetzt mal ganz kurz. Das müsst ihr mir bitte kurz erklären. Guck mal. Oh ja, dein Himmel ist komplett blau. Ich habe deinen Strich gemacht und du bist dann eingefärbt. Es gibt diesen Farbeimer. Ach so. Ich dachte, du machst das mit Hand. Nee. Ich mache da einen Strich und dann mache ich den Farbeimer. Ja, ich fühle dich. Also same hier. Also guck mal mein Wasser im Vergleich zu ... Hier müssen noch ein paar Tools noch hier gelernt haben. Ja, ich glaube auch. Ihr habt richtige Tipps, äh Tricks hier. Aber es hat im Großen und Ganzen wieder alles relativ gut geklappt, dass wir uns verstehen hier. Wir hatten sehr tolle Sachen auf jeden Fall dabei, sehr tolle Zeichnungen. Deswegen, ich finde ... Wir bessern uns ein bisschen. Ich finde, das Beste war das mit diesem Pipi. Das war das Beste. Ja, das Beste war richtig. Vielen Dank. Help Pipi. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Help Pipi. Ja, vielen Dank. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht und was ihr denn denkt, was die witzigste Zeichnung war heute. Und ich finde, Katja sollte mal wirklich von uns ein Porträt zeichnen. Von uns allen. So ein Crew-Porträt. Ja, ne? Also, ich wollte es jetzt nur mal so. Das macht sie doch im Handumdrehen. Ja. Ja, mit links. Zack, zack, zack. Hauptsache Stift auf dünn, dann läuft das Ganze. Ja, Stift auf dünn und dann läuft. Das stimmt. Farbeimer, Stift auf dünn. Wir hatten eine Menge Spaß, wir haben viel Neues gelernt und das machen wir bestimmt nochmal wieder, oder? Auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn es euch zu Hause auch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert die Glocke und den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Bye.